Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation meiner Analysen und Grafiken rund um die Covid-19-Pandemie. Anspruch und Wirklichkeit der Statistischen Bundesämter Teil 2. In diesem Video steht eine Pressemitteilung von Statistik Austria zur Übersterblichkeit im Fokus meiner Analysen. Ich erinnere noch einmal an die selbst festgelegten Qualitätsstandards für objektive, fachlich unabhängige Statistiken zur Meinungsbildung in der Bevölkerung, aber auch als Grundlage demokratischer, faktenbasierter Entscheidungsprozesse. Vom BFS sogar zur Planung und Steuerung zentraler Politikbereiche ausgewiesen. Und heute soll sich der wissenschaftliche Charakter der Veröffentlichungen von Statistik Austria gemäß Mediengesetz einem kritischen Blick unterwerfen. Hier habe ich die verwendeten Datenquellen von Statistik Austria und Eurostat verlinkt, die für die Tabellen und Grafiken verwendet wurden. Sie erscheinen dann aus Platzgründen nicht mehr separat auf den einzelnen Seiten. Im Mittelpunkt der dreiteiligen Reihe zu Pressemitteilung der Statistischen Bundesämter aus Deutschland und der Schweiz steht dieses Mal die Mitteilung vom 14. Januar 2022 von Statistik Austria zu mehr als 90.000 Sterbefällen im Jahr 2021. Diese führten zu einem Anstieg der Sterbefälle von 8,4 Prozent zum Fünfjahresdurchschnitt vor Corona. Die Mitteilung beginnt mit der absoluten Sterbefallzahl von 90.054, die um 8,7 Prozent und über dem Fünfjahresdurchschnitt von 2015 bis 2019 liegt und auf ähnlichem Niveau wie 2020 liegt. Im Säulendiagramm aufgetragen liegt 2021, aber auch knapp hinter 2020, aber fast 6.000 höher als der Zeitraum von 2015 bis 2019. Und die genannte Differenz aus den Todesfällen aus 2021 und dem Mittelwert lässt sich problemlos nachvollziehen. Aber wir erinnern uns aus dem zuletzt untersuchten Bericht von die Statist noch daran, dass zumindest die Entwicklung der Einwohnerzahl mitbedacht werden muss, die von 2015 bis 2021 um 350.000 zugenommen hat. Dies allein lässt die Differenz von 8,7 Prozent auf 6,4 Prozent sinken. Ein erster Hinweis auf den Hang zu dramatischen Zahlen ist hier zu erkennen. Und auf 100.000 Einwohner gerechnet verringert sich der Abstand zu den Vorjahren. Dies findet tatsächlich im Bericht auch Erwähnung, dass man die gestiegene Bevölkerungszahl und sogar die Veränderungen der Altersstruktur berücksichtigen müsse. Eine Berechnung findet aber nicht statt, sondern man verweist auf eine Prognose aus dem Herbst 2019, die noch von 85.217 Sterbefällen ausging. Bevor ich aber diese Prognose näher unter die Lupe nehme, will ich wiederum einen anderen Zeitraum für den Vergleich heranziehen. Da der Wechsel des Kalenderjahres mitten in das saisonal erhöhte Sterbegeschehen fällt, wird dieses zu sehr ungleichen Teilen auf zwei Jahre aufgeteilt. Kommt so ein sehr später Höhepunkt wie im Frühjahr 2020 mit einem sehr frühen Spitzenwert vor dem Jahresende zusammen, führt dies zu Verzerrungen. Daher halte ich die saisonale Zusammenfassung vom Tiefpunkt Anfang Juli in Kalenderwoche 27 bis zum Tiefpunkt Ende Juni des Folgejahres für einzig zielführend, um das gesamte winterliche Sterbegeschehen zu erfassen. Den unsinnigen Vergleich der absoluten Zahlen umgehe ich und zeige direkt die Sterbefallzahlen pro 100.000 Einwohner. Die Differenz steigt gegenüber 6,4 auf 10,4%, wenn nun saisonal die eben in der Kurve gezeigte gesamte winterliche Übersterblichkeit einbezogen wird. Greifen wir mit den grünen Säulen auch den aktuellen Zwischenstand der Saison 2021-2022 auf, in der wir gerade die Halbzeit erreicht haben, liefert die berechnete Differenz zum Vorjahreszeitraum von 2014 bis 2015 bis 2019-20 die noch höhere Differenz von 13,2%. 529 Sterbefälle pro 100.000 liegen zwar noch hinter 546,7 der vorigen Saison, aber eine beruhigende Bewertung würde ich darauf nicht aufbauen. Angesichts der angesprochenen Sterbeprognose will ich mit wissenschaftlicher Neugier nachvollziehen, wie die Altersstruktur zur Vorausberechnung der Sterbefallzahlen genutzt werden kann. Statistik Austria hat im Herbst 2019 85.217 Sterbefälle für 2021 prognostiziert. Ich habe den großen Vorteil, dass ich keine Bevölkerungsprognose, sondern die realen Bevölkerungszahlen von 2021 nutzen kann. Grün hinterlegt nehme ich die prozentualen Sterberaten aus 2019, multipliziere diese mit den Bevölkerungszahlen von 2021, ersatzweise müsste ich die Prognosezahlen nehmen und berechne daraus für jede Fünferaltersgruppe die zu erwartende Sterbefallzahl. So erhalte ich in der Summe meine prognostizierten Sterbefälle von 86.472. Nehme ich stattdessen die durchschnittlichen Sterberaten von 2015 bis 2019, erhalte ich eine prognostizierte Sterbefallzahl von 89.141, die nah an der 90.000er Grenze liegt, die 2021 knapp überschritten wurde. Die Differenz beträgt nur 913 Sterbefälle, liegt somit erheblich unter der von Statistik Austria präsentierten Unterschreitung um fast 5000 Sterbefälle. Ob bei Statistik Austria die genannte Bevölkerungsprognose so große Abweichungen aufgezeigt hat oder die Altersgruppen nicht in der hier gezeigten feinen Aufteilung zur Berechnung verwendet wurden, lässt sich nicht nachvollziehen. Dass dieser offenkundig unzutreffende alte Prognosewert für die Pressemitteilung hervorgeholt wird, ist ein zweites Indiz für eine auf Dramatisierung ausgelegte Berichterstattung. Nach enttäuschender Bilanz im Hinblick auf die statistische Sorgfalt bei De Statis erfreut mich, dass bei Statistik Austria der Hinweis auf die altersstandardisierte Sterberate zu finden ist. Und so kann ich zitieren, dass diese Zahl der Sterbefälle anhand einer Standardbevölkerung um die Altersstruktur der Bevölkerung bereinigt. Bevor ich darauf eingehe, wie Statistik Austria diese Methode nutzt, nehme ich die schon bekannte dreigliedrige Tabelle aus Sterbefallzahlen, Bevölkerungszahlen und die prozentualen Sterberaten, die in der feinschichtigen Aufschlüsselung in 5er Altersgruppen die Grundlage der Altersstandardisierung bildet. Das Summenprodukt der Sterberaten und der Standardbevölkerung 2021-20 ergibt auf 100.000 Einwohner berechnet die altersstandardisierte Sterberate. Nach der besten Saison 2019 liegt 2020-21 sieben Rangstufen schlechter auf dem dritten Rang, hinter 2011-12 und 2012-13. Mit der Aussage von Statistik Austria, dass länger zurückliegende Jahre nur bedingt aussagekräftig sind, werde ich mich auf den folgenden Folien auseinandersetzen. Hier noch die Frage, wie Statistik Austria die Altersstandardisierung nutzt. Es geht ausschließlich um die 50. Kalenderwoche, die mit dem Durchschnitt der 5 Vorjahre und dem Vorjahreswert verglichen wird. Deutlich wird der Methodenbezug jedoch erst, als noch die Standardbevölkerung von Eurostat angeführt wird. Die nicht sehr aufwendige Berechnung weist einen Unterschied von 27 Personen pro 100.000 gegenüber 18 bis 20 als altersbereinigten Unterschied dieser einen Kalenderwoche aus. Weder die Auswahl dieser einen Woche noch die tatsächliche Vergleichbarkeit hinsichtlich des damaligen und des heutigen epidemiologischen Verlaufes sind plausibel. Den eigentlichen Nutzen der Methode zum saisonalen oder Jahresvergleich habe ich aufgezeigt, wie es allerdings Statistik Austria nicht benutzt. So werden Vorgaben von WHO und Eurostat Taskforce trotz Hinweis auf diese Methode nicht beachtet. Aus dem Verlauf der prozentualen Sterberaten im unteren Drittel der Tabelle lassen sich deutlich aussagekräftigere Erkenntnisse gewinnen. Ich zeige einen Blick über den Verlauf der einzelnen Altersstufen in der saisonalen Auswertung. Blau zeigt das saisonale prozentuale Sterbegeschehen von Anfang Juli, Kalenderwoche 27, bis zum Juni des Folgejahres, Kalenderwoche 26. Die grüne Kurve zeigt den aktuellen Stand der laufenden Saison vom letzten Sommer bis zur ersten Kalenderwoche 2022. Der Verlauf der 0- bis 4-Jährigen ist völlig unauffällig mit fallender Tendenz. Selbiges gilt für die 5- bis 9-Jährigen. Und auch bei den 10- bis 14-Jährigen setzt sich der Anstieg 2020-21 offenbar nicht fort. Leichte Anstiege in den beiden folgenden Altersgruppen. Ein zackiger Anstieg letzte Saison, der allerdings dem nie dagewesenen Wert in 2019-20 zu schulden ist. Auch die drei folgenden Altersgruppen zeigen keine Auffälligkeiten. Bis 44 Jahre ist für eine tödliche Pandemie kein statistischer Hinweis zu finden. Schnell will ich die drei Nächsten durchblättern, die sich ebenfalls im unteren prozentualen Sterbebereich der Vorjahre befinden. Eine leichte Auffälligkeit fängt bei den 60-Jährigen an, die sich in den zwei folgenden Altersgruppen fortsetzt. Mit einem deutlicheren Anstieg 2020-21, der nach der grünen Kurve zu folgern, etwa auf dem Niveau bleibt. Bei den 70- bis 74-Jährigen wird erstmals das prozentuale Sterbegeschehen der Vorjahre um 0,02 Prozentpunkte übertroffen. Die Überschreitung der Vorjahresmaxima setzt sich in drei der vier folgenden Altersgruppen fort, scheint sich aber in der laufenden Saison wieder zu beruhigen. Anstelle der Präsentation der willkürlich herausgegriffenen 50. Kalenderwoche sollte meines Erachtens besser der Blick auf die ausschließliche Problematik der höchsten Altersgruppen gerichtet werden, denen das besondere Ansinnen galt, sie vor der tödlichen viralen Bedrohung zu schützen, was nicht nur in Österreich offenkundig schiefgelaufen ist. Wenn nicht multikausal nach den möglichen Ursachen in Pflegeheimen, Kliniken, in den Behandlungskonzepten und anderem geforscht wird, bleiben Fehler unentdeckt und führen zu verhängnisvollen Folgefehlern. Der Aufruf an die Politik, sie möge ihre Fehler eingestehen und sie aufarbeiten, muss hier mit Nachdruck gestellt werden. Eine statistische Aufbereitung, die diese Zusammenhänge aufzeigt und nicht in einem fort unzutreffende und übertriebene Schreckensnachrichten verbreitet, hat hier eine Schlüsselrolle, die sie nutzen oder verspielen kann. Die letzte Kurve zeigt die Entwicklung der alterstandardisierten Sterberate. Wie ein Damoklesschwert hängen die vielen Aussagen zu einer Übersterblichkeit in den täglichen medialen Sonderberichten. Die Tiroler Tageszeitung berichtet von 15.000 Menschen, die 2021 mehr als erwartet verstarben. Wir wissen inzwischen, dass diese Erwartungswerte eine fragwürdige Berechnungsgrundlage haben können. Meine saisonalen Berechnungen zeigen zwar altersbereinigt eine Übersterblichkeit von knapp 4.000 zum aktuellen Stand bei gut 2.000 Sterbefällen. Das ist keine gute Bilanz einer Politik, die rigoros gegen die Freiheit der Bevölkerung Maßnahmen ergreift und eine Impfung mit sehr fragwürdiger Erfolgsbilanz zur Pflicht erklärt. Aber die medial verbreiteten absoluten Zahlen entbehren jeder statistischen Grundlage, die sich dem wissenschaftlichen Anspruch von Statistik Austria verpflichtet sieht. Einen letzten Trumpf zieht Statistik Austria noch aus der Tasche mit einer vorläufigen Schätzung der Lebenserwartung des Jahres 2021, die insbesondere merklich unter dem Niveau vor der Pandemie liegen soll. Die Grafik von Statista zeigt den Verlauf der Schätzung der letzten Jahre, die auf Auswertung von Sterbetafeln beruht. Es gibt bei Frauen und Männern von 2016 bis 2019 eine geringfügige, höhere Sterbelebenserwartung als 2020 und 2021. Die tatsächliche Lebenserwartung bei Geburt hängt aber wesentlich nicht von ausgewerteten Sterbetafeln ab, sondern von der Lebenssituation, insbesondere der medizinischen und sozialen Versorgung im Alter, die ein heute geborenes Kind im späteren Leben vorfinden wird. Betrachten wir die langfristige Entwicklung der alterstandardisierten Sterberaten seit 1982, sehen wir den Effekt einer höheren Lebenserwartung. So stieg die Zahl der über 95-Jährigen in Österreich in dieser Zeit von 2319 auf 17719 um den Faktor 7,6. Und sehen wir uns die Sterberaten der 80- bis 84-Jährigen und der über 85-Jährigen in diesem Zeitraum an, so fiel die Sterberate bei den 80- bis 84-Jährigen sogar um die Hälfte. Ich beginne hier keine Spekulationen, welche Umstände dies als Erfolg verbuchen können. In der Sterberate der über 85-Jährigen zeigt sich aktuell ein Aufwärtsknick, der auf den Stand von 2007 zurückwirft. Zum einen stellt sich die Frage, ob sich der allgemeine Abwärtstrend beliebig fortsetzen kann oder auch eine Trendwende denkbar ist. Zum anderen wird sich eine hohe Lebenserwartung nur halten lassen, wenn die hierfür maßgeblichen Begleitumstände beständig überprüft und angepasst werden, die den Lebenswillen der alten Menschen wachhalten. Isolieren, Fortfall von Therapie- und Beschäftigungsangeboten gehören nach meinem Dafürhalten nicht dazu. Und ob zum Schluss die angstverbreitende Sprache auch der Pressemitteilungen von Statistik Austria mit 35 Todes- und Sterbebegriffen in diesem kurzen Bericht geeignet ist, Lebensfreude und Lebenswillen alter Menschen wachzuhalten, wage ich zu bezweifeln. Auf wessen Lebenserwartung zielen diese Meldungen hin? Die Betroffenen scheinen nicht wirklich angesprochen zu sein. Aber wie in Deutschland macht auch Statistik Austria eine sehr umtriebige Arbeit bei der Aufbereitung nicht nur der vielen Sterbefallmeldungen in der linken Tabelle, sondern auch zur Inflationsrate, Preisanstieg, Schuldenstand und der Frage, wie geht's in Österreich, sind zahlreiche Pressemitteilungen zu finden. Allerdings finden diese vergleichsweise kaum mediale Resonanz. Hier gibt es eine völlige Fixierung auf nur ein Thema, was nicht nur informationspolitisch höchst problematisch ist, sondern auch den Menschen ganz individuell Schaden zufügt. Soweit mein Bericht über Anspruch und Wirklichkeit der statistischen Veröffentlichungen von Statistik Austria. Wie immer fordere ich dazu auf, nicht meine Sichtweise zu übernehmen, sondern kritisch zu überdenken und die Hinweise und Materialien zur eigenen Recherche zu verwenden. Ich lade wie immer dazu ein, das PDF-Dokument zu meinem Video im verlinkten Telegram-Kanal herunterzuladen. Wenn Euch dieses Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like und abonniert meinen YouTube-Kanal und Telegram-Kanal, um über künftige Beiträge informiert zu werden. Der dritte Bericht zum Schweizer Bundesamt für Statistik folgt in Kürze. Ich danke für Eure Geduld und Euer Interesse. Euer Real Hero Euer Real Hero